hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren video und ja wir hatten ja schon einige themen und zwar steam hatten wir unter anderem und wir hatten auch xbox games beziehungsweise xbox game pass für batozera was man noch mit einrichten kann aber es gibt da ja noch mehr und zwar zeige ich euch heute wie man epic games ubisoft ea games bei batozera noch mit installiert und zwar gehen wir dafür einmal wieder in unser f1 menü gehen auf applikationen oder applications und da müssen wir mal wieder in unser wo haben wir es wo haben wir es hier flatpack da müssen wir noch mal rein so wenn wir hier drin sind dann suchen wir uns einmal das programm nutris raus und dann haben wir es hier gleich ganz oben haben wir das nutris das installieren uns einmal sagen ja so und wenn das dann installiert ist dann können wir eigentlich auch hier schon wieder ausgehen schließen das einmal und wir starten einmal neu so nach dem neustart gehen wir dann einmal unter ports und stellen fest hier ist nichts drin ok mal wieder irgendwelche probleme wieder gehabt games settings update game list gucken wir mal normalerweise wird es immer nach dem neustart angezeigt aber in diesem fall scheinbar nicht und jetzt wird es aber angezeigt also jetzt ist es da Lutris einmal ausführen ja das warten wir jetzt einfach noch mal ab dass er hier sein updates noch mal versucht zu installieren wird dann eh gleich noch mal automatisch schließen oder auch nicht so aber wir machen jetzt hier noch nichts drin wir machen den jetzt einmal wieder so was gab spezielle sachen also man muss manchmal so ein bisschen aufpassen wie man das schließt das ist mir aufgefallen war manchmal wenn man dann wenn man das falsch schließt also gibt ja verschiedene möglichkeiten einmal alt f4 um einfach das Fenster zu schließen oder halt oben das x drücken und ich weiß ich hatte wo ich es zum ersten mal installiert hatte hatte ich immer so probleme wenn ich es falsch geschlossen habe da hat sich das system aufgehängt dann muss sich das system zwangs neu starten so wir müssen jetzt aber noch was machen bevor wir jetzt hier irgendetwas verwenden und zwar gehen wir jetzt noch mal unter f1 und gehen dann auf den ordner etc x11 x init und hier müssen wir noch ein bisschen was eintragen und zwar kommt das hierhin ich schreibe es euch mal auf und ich zooms auch mal ran was da rein muss so das ist der befehl der da rein muss also einmal uLimit minus großes h minus kleines n und dann 524 288 und dann nochmal dasselbe uLimit aber mit minus großes s und dann der rest bleibt wieder gleich das muss einmal da rein soll so weil sonst erhält man einen haufen fehler und ja die erhält man tatsächlich so da wir das jetzt gemacht haben müssen wir natürlich einmal wieder unser batocera safe overlay machen weil das ja im etc ordner ist damit das gespeichert bleibt und dann sind wir soweit bereit so jetzt gehen wir wieder unter ports auf unser lutris also ich kann euch gleich sagen ich kann halt nur für drei spezielle apps euch das zeigen das ist dann einmal epic games origin und ubisoft für andere kann ich euch das nicht zeigen also steam würde noch glaube ich irgendwie eine anwendung fehlen und georgie habe ich nicht also games of gold habe ich nicht so dann machen wir es erstmal mit epic games store genau also sie müsste einmal hier neben auf dieses männchen klicken damit da steht connect und dann sagte auch hier möchte was installieren dann sagen wir install klicken hier auch create desktop shortcut create applications menu shortcut klicken wir an sagen continue und hier zeigt aber nochmal an was er jetzt installieren wird und wir sagen einfach install je nach internet verbindung und dauerzeit einen kleinen moment so und dann ist die installation auch schon geglückt genau ich kriege schon wieder ganz viele fehler so jetzt haben wir hier unseren epic games store jetzt können wir aber nicht direkt schon sagen hier play oder legt los sondern wir müssen erstmal sagen konfigur also configuration einstellungen wie auch immer wir müssen sie auf jeden fall noch mal einstellen so haben wir hier schon die erweiterten system option ich glaube schon müsste eigentlich so sein so hier oben genau also hier oben gibt es noch diesen punkt advanced neben dem safe sozusagen dann müssen wir aktivieren weil sonst sehen wir die einstellung nicht die wir brauchen und zwar haben wir hier diesen enable feral game mode den müssen wir ausstellen weil sonst starten die apps nicht so jetzt sagen wir einfach speichern und jetzt starten wir es geht wohl nicht aha ok also ihr müsst tatsächlich nach dem install also nach dem einstellen von dem xinitrc datei was wir da eingestellt haben danach müsst ihr nochmal neu starten sonst funktioniert das ganze nicht dann kriegt ihr nämlich auch nur fehlermeldung perfekt so jetzt ist er gestartet jetzt gebe ich hier einmal meine daten zum anmelden ein so nach dem anmelden kommt ihr dann direkt schon in die oberfläche von epic games so jetzt gucken wir mal das letzte mal konnte ich hier nicht so viel einstellen auf deutsch umstellen ha hier auf deutsch umstellen wie start now so jetzt ist das ganze wenigstens auch schon mal auf deutsch da ich hatte es tatsächlich einmal mit fallout getestet das würde ich tatsächlich jetzt wieder tun und dafür installieren wir es einmal installieren und dann lassen wir ihn erstmal fröhlich installieren und gucken mal was uns dann erwartet so unser spiel ist nun installiert aber wir machen vorher noch mal was anderes und zwar gehen wir hier einmal raus die frage ist nur wie ging das jetzt ich glaube alt f4 ich glaube damit komme ich zurück hoffe ich ja gut das hat erstmal funktioniert jetzt haben wir hier nochmal stopp so also nicht wundern dass das im hintergrund da immer noch zu sehen ist das ist einfach nur ein grafikfehler weil lutris halt nur dieses kleine fenster sozusagen zur darstellung hat und alles drumherum ist normalerweise schwarz und entsprechend löscht dann natürlich dann also überschreibt sozusagen das hintergrundbild dann nicht mehr so nachdem wir einmal bei epic games drin waren müssen wir nämlich hier nochmal was umstellen oder können es eher gesagt es gibt hier dann nämlich diese version diese win 32 und die stellen wir jetzt mal um auf die win 64 binaries win 64 epic games launcher so und sagen wir mal speichern so damit er nämlich auf 64 bit läuft und entsprechend auch den ganzen arbeitsspeicher nutzt den er soll so nur hat er gestartet und jetzt starten wir das spiel einmal optionen ja jetzt hat er wieder die grafikkarte die beim letzten mal hat er es mit der grafikkarte nicht so gut hingekriegt wir versuchen jetzt einfach nochmal ob er es mit der grafikkarte diesmal hinkriegt wie gesagt beim letzten mal hat es nicht so gut geklappt und ich glaube das war es schon ja bin nämlich schon abgestürzt ja das funktioniert mit manchen grafikkarten geht es einfach nicht muss man einfach zugeben es geht mit manchen grafikkarten nicht so wenn das der fall sein sollte dass mal irgendwie ein spiel nicht geht müsst ihr hier wieder in die konfiguration rein und dann weiß nicht genau wo das könnte hier gewesen sein ja ihr könnt hier nämlich auf eine andere grafikkarte umstellen und zwar ich glaube das musste man nur ausmachen wir probieren es mal ja jetzt nicht funktionieren kann es ja nicht also es ist immer dieser wechsel zwischen den externen grafikkarten und den internen grafikkarten und bei notebooks ist ja meistens so die haben halt beides wir haben einmal ihre cpu grafik und wir haben einmal dann noch ihre externe grafik und ich glaube damit hat lutris so ein bisschen problem aber wir werden es gleich sehen so jetzt sagt er immer noch nvidia nvidia will ich aber nicht warum sagt er jetzt immer noch nvidia gut stopp konfigur system options dann wählen wir hier bei einem vulkan lcd loader wählen wir dann das amd radv gilt natürlich nur für die amd grafikkarten wenn ihr natürlich eine intel grafikkarte habt steht bei euch was anderes aber ich habe halt nur die so ja und jetzt hat er umgestellt auf allen die radion graphics dabei bleiben wir auch ja ich habe einen gespeicherten spielstand vorher ja ich wollte gerade sagen ich habe doch gar keinen das ist natürlich nicht ab wann man irgendwie überspringen kann oder ob man es überspringen kann ja scheinbar kann man es doch überspringen ja ist gut jetzt kommen wir jetzt nur die ganzen erweiterungspakete die er da will ja aber wie man sieht es funktioniert es sieht super aus ne es ruckelt jetzt auch nicht irgendwie großartig gut es ist jetzt nur fallout new vegas das ist schon ein bisschen was älter aber ich sag mal dafür dass es über einen emulator dann epic games und dann so ein spiel ach ja ist schon nicht schlecht muss man einfach so sagen so gehen wir mal wieder raus stopp so das war jetzt der und natürlich geht das mit den anderen ähnlich dass man jetzt zum beispiel seit von wegen alles klar ich möchte die origin installieren wobei es bei origin eine kleine besondere besonderheit gibt ich zeige es einfach gerade mal weil bei origin es gibt ja bei origin zwei verschiedene also lutris kennt es noch als origin und mittlerweile heißt es aber EA Play App das problem ist dass wenn ihr die EA Play App installiert dann kann das sein dass er so mal mittelmäßig abschmiert aber das zeige ich gleich mal so jetzt ist er installiert jetzt gehen wir mal auf Launch würde er sowieso nicht machen weil wir ja noch nichts eingestellt haben das muss ja immer erstmal konfiguriert werden und zwar wieder System Options und wieder dieses Funeral Mode aus so jetzt gehen wir auf Play so jetzt sagt er hier schon wieder ok na hat ein Fehler das ist natürlich extrem scheiße ok ja gut kann man nicht ändern origin hat da irgendwie beziehungsweise naja EA Play entweder haben die gerade ein Problem das könnte ich ja nochmal auf meinem System grad mal testen ja also ich habe gerade mal bei meinem PC geguckt da kann ich mich auf jeden Fall einloggen entsprechend wird das wahrscheinlich mit origin beziehungsweise EA Play irgendwie zusammenhängen das funktioniert dann schon mal nicht aber auf jeden Fall wird Epic Game Store funktioniert auf diese Weise GOG funktioniert auf diese Weise Ubisoft Connect funktioniert auch auf diese Weise ihr müsst einfach nur immer dran denken dass wenn ihr auf der App seid dass ihr immer auf Konfigur erstmal geht System Options und dieses Enable Feral Game Mode ausschaltet dafür müsst ihr hier oben die Advanced Settings angeschaltet haben ansonsten funktioniert das nicht so das soll es erstmal gewesen sein wenn es hierzu irgendwie ein Update gibt bezüglich EA Games oder sonst irgendetwas beziehungsweise EA Play ja oder ihr zum Beispiel irgendetwas feststellt ne sei es zum Beispiel das und das funktioniert nicht oder ähnliches schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt auf meinen Discord wenn euch das Video gefallen hat dann lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da ein Aum, Aum ist auch gut ne einen Daumen hätte ich gerne nach oben dann und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal und tschüss Outro 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 Bis zum nächsten Mal.